Das ist die Lohnbohrabteilung der Firma TBT Tiefbohrtechnik. Unser umfangreicher Maschinenpark mit über 30 verschiedenen Tiefbohrmaschinen ist hier für Sie im Einsatz. Mit unseren TBT Bohrwerkzeugen im Durchmesserbereich von 1 bis 70 mm bieten wir Ihnen höchste Zuverlässigkeit und Qualität. Dank unserer langjährigen Erfahrung sind unsere Tiefbohrspezialisten in der Lage, selbst die komplexesten Werkstücke schnell und gewissenhaft für Sie zu bearbeiten. Neben dem Tagesgeschäft wird unsere Lohnbohrabteilung auch zur Forschung und für Entwicklungszwecke rund um das Thema Tiefbohren eingesetzt. Das macht uns jeden Tag besser. Ob Einzelteil oder automatisierte Serienfertigung, wir stellen uns Ihren unterschiedlichsten Aufgaben. Bei uns stehen beste Qualität, kurze Lieferzeiten und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis an erster Stelle. Wir sind Ihr Spezialist rund ums Tiefbohren. Bis zum nächsten Mal. bei uns baixo戰